Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Krebs macht dich auf mögliche technische Probleme gefasst, die deine privaten oder beruflichen Projekte durchkreuzen könnten. Computer, Telefone oder andere wichtige Geräte könnten ausfallen, sodass du eine Reparaturfirma rufen musst. Außerdem könnte es sein, dass zu viele Menschen um deine Aufmerksamkeit wetteifern und zu viel von deiner Zeit und Konzentration beanspruchen. Diese Ablenkungen können dazu führen, dass du dich ausgelaugt fühlst und in Versuchung gerätst, die Beherrschung zu verlieren oder frustriert wegzulaufen. Es ist jedoch wichtig, dass du die Fassung behältst und dem Drang widerstehst, impulsiv zu reagieren. In letzter Zeit neigst du zur Verspieltheit und deine natürliche leidenschaftliche Energie leuchtet hell auf. Die heutige astrale Konstellation verstärkt diese leidenschaftliche Stimmung und macht es zu einer großartigen Zeit, um spielerische und intime Momente mit einem Partner zu genießen. Denk aber daran, dass Safer Sex für deine Gesundheit und dein Wohlbefinden entscheidend ist. Achte darauf, dass sowohl du als auch dein Ehepartner in Aufschutz achten, um ein gesundes und angenehmes Erlebnis zu haben und vor negativen Folgen geschützt zu sein. In den letzten Wochen hast du viel Informationen über eine wichtige Angelegenheit in deinem Leben erhalten, insbesondere über deine Karriere. Zum Glück lichtet sich der kosmische Nebel und die Wahrheit kommt allmählich ans Licht. Mit dieser neu gewonnenen Klarheit kannst du die Situation konstruktiv angehen und fundiertere Entscheidungen treffen. Heute fühlst du dich vielleicht von einer Autoritätsperson angezogen, sei es an deinem Arbeitsplatz oder in einem anderen Bereich deines Lebens. Auch wenn es nicht ganz einfach ist, ein Treffen oder eine Verbindung zu arrangieren, ist es genau dieses Element der Aufregung und Komplexität, das die Idee faszinierend macht. Es könnte sich lohnen, diese Verbindung anzustreben, und wenn ihr schließlich zusammenkommt, wird die Erfahrung wahrscheinlich umso lohnender sein. In der großen kosmischen Erzählung deines Lebens zeichnet sich eine mächtige himmlische Veränderung ab. Wenn sich die Sterne zu deinen Gunsten ausrichten, kannst du dich auf eine Welle von Positivität und Transformation einstellen, die neue Chancen, Wachstum und persönliche Entwicklung verspricht. Heiße diesen bevorstehenden Wandel mit offenen Armen und einem offenen Herzen willkommen, denn er birgt das Potenzial für positive Veränderungen, die dein Leben beleben können. Während dieser transformativen Reise werden dir deine innere Stärke und deine Widerstandsfähigkeit als Leitsterne dienen, die dir helfen, die vor dir liegenden Veränderungen und Herausforderungen zu meistern. Vertraue auf die kosmischen Kräfte, die sich zu deiner Unterstützung verschworen haben, und erkenne, dass das Universum zu deinen Gunsten arbeitet. Deine Zukunft ist vielversprechend und eine positive Veränderung wird deinen Weg erhellen. Außerdem steht der Mond heute in der Jungfrau in Verbindung mit dem rückläufigen Merkur. Diese Konstellation kann dazu führen, dass du das Gefühl hast, dass andere Menschen in deiner Umgebung dir nicht die Aufmerksamkeit und Zuneigung schenken, die du dir wünschst. Wenn du die Beziehung zu einer besonderen Person vertiefen möchtest, solltest du dir bewusst machen, dass heute nicht die beste Zeit ist, um deine Gefühle offen zu zeigen. Die vorherrschende Energie kann Verwirrung und Unsicherheit fördern, anstatt einen klaren Weg für die Entwicklung einer Beziehung zu bieten. Deshalb solltest du dich in Geduld üben und zulassen, dass sich das Timing auf natürliche Weise entwickelt, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass eure Partnerschaften im richtigen Moment zu etwas Bedeutungsvollerem heranwachsen können. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Teufelskarte steht für Versuchung, Gebundenheit und den Einfluss materieller Wünsche. Diese Karte deutet darauf hin, dass du dich heute vielleicht mit Problemen der Versuchung oder ungesunden Bindungen auseinandersetzen musst. Sie steht für eine Zeit des Ringens mit inneren Dämonen oder äußerem Druck. Der Teufel ermutigt dich, alle Bereiche deines Lebens zu untersuchen, in denen du vielleicht in Mustern von Exzess oder Sucht gefangen bist. Er erinnert dich daran, dass du die innere Kraft hast, dich aus diesen Bindungen zu befreien und die Kontrolle wieder zu langen. Neben dem Teufel haben wir die Karte Stärke. Diese Karte steht für Mut, innere Stärke und die Kraft, Herausforderungen zu überwinden. Sie steht für eine Zeit, in der du deine innere Stärke nutzen und Widrigkeiten mit Anmut begegnen kannst. Stärke lädt dich dazu ein, deine inneren Reserven an Kraft und Widerstandsfähigkeit anzuzapfen. Sie erinnert dich daran, dass du in der Lage bist, Hindernisse zu überwinden und selbst in schwierigen Situationen die Fassung zu bewahren. Als letztes haben wir die Fünft der Kelche. Diese Karte steht für Enttäuschung, Verlust und das Bedürfnis, den Kummer zu verarbeiten. Sie steht für eine Zeit der Trauer über das, was man verloren hat, und für ein Gefühl der Traurigkeit. Die Fünft der Kelche ermutigt dich, deine Gefühle der Enttäuschung oder des Verlust anzuerkennen und dir die Erlaubnis zu geben, zu trauern. Sie erinnert dich daran, dass Heilung durch das Anerkennen und Verarbeiten deiner Gefühle möglich ist. Der Teufel, die Stärke und die Fünft der Kelche ergeben zusammen eine Kombination aus der Auseinandersetzung mit Versuchungen, der Suche nach innerer Stärke und der Verarbeitung von Gefühlen. Mach dir heute die Energie des Teufels zu eigen, indem du alle Bereiche deines Lebens untersuchst, in denen du dich in ungesunde Bindungen oder Muster verstrickt hast. Erkenne die Versuchungen oder den Druck, dem du ausgesetzt bist, und erkenne, dass du dich ändern musst. Verkörpere gleichzeitig die Energie der Stärke, indem du deinen inneren Mut und deine Widerstandsfähigkeit anzapfst. Wisse, dass du die Kraft hast, dich Herausforderungen zu stellen und sie mit Anmut zu überwinden. Kanaliere die Energie der Fünft der Kelche, indem du dir Gefühle der Enttäuschung oder des Verlustes eingestehst, die du vielleicht gerade erlebst. Gib dir selbst die Erlaubnis, zu trauern und deine Gefühle auf gesunde Weise zu verarbeiten. Diese Deutung bedeutet einen Tag, an dem du dich Versuchungen stellen, innere Stärke finden und Gefühle verarbeiten musst. Mache dir die Energie des Teufels zu eigen, indem du die Bereiche erkennst, die verändert werden müssen. Nutze den Mut und die Widerstandsfähigkeit der Stärke, wenn du dich Herausforderungen stellst, und erlaube dir, Gefühle der Enttäuschung oder des Verlusts mit der Weisheit der Fünft der Kelche zu verarbeiten. Erinnere dich daran, dass du den Tag mit einem Gefühl des Wachstums, der Heilung und der Befreiung von ungesunden Anhaftungen meistern kannst, wenn du die Versuchungen und Herausforderungen in deinem Leben erkennst und ansprichst, während du gleichzeitig deine innere Stärke anzapfst und deine Gefühle verarbeitest. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!